Beim Bergen des Autos von Mirko Schrepfer, schauen Sie mal ganz vorne, da hinten, da verbremst sich einer, Massenkollision, fünf Autos verwickelt, tja und so schnell kann es gehen. Dann gab es hinterher, da wird einer ganz langsam und zwar, einer, ich glaube aus dem Van Amersfoort Racing Team, da muss Giorgio McAtoff ausweichen, ordentlich verzögern, ja und die anderen haben keine Chance mehr, eine andere Linie zu wählen.